Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier mit Tommitoa Lingley, der echt abgedrehten Sanna, mit Mari und mit mir und wir spielen heute die Boom Boom Balloon Challenge. Wir haben hier schon voll aufgebaut und das Ganze funktioniert so, man hat einen Würfel, wo man halt würfeln muss und dann muss man die Stäbe so reinstecken und bis halt der tolle Balloon hier platzt. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Video. Eine 3, na super. 1, 2, 3, 1. 3, 1. Marco ist der Typ fürs Grobe. Ich habe Angst. 1, 2, 3, 1. 2, und 1. Man glaubt gar nicht, dass es so schlimm ist, aber es ist mega schlimm, wenn es auf einmal knallt. Oh, 3. Yes, man. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin aus. Ich habe nur 1. Okay, top nochmal 3. Yes. Oh nein. Jedes Mal kriegt er 3. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt klappt es eh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist so Spannung drauf. Bin auch sehr gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Es bewegt sich nichts. Ich kann... Ja, drück einfach. Geht nicht. Das ist... Mit Gefühlen. Wow. Nein. Ich muss. Oh nein. 3, 3, 3. Nein. Das kann nicht sein. Nein. Boah. Jetzt aber. Boah. Vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es noch, dass er nicht knallt. Bei dir. Nein, es geht. Der geht. Der kommt wieder zurück. Der kommt wieder zurück. Wir schießen die Arte so raus. Ja, 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 ja. Oh Gott. Oh, oh. Ohhhh. 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 Wie hartleif. Du macht es nichts aus. Ja, du musst schon. Mein Ding darf mich nicht bewegen. Ich hätte es nie gedacht. Man soll festhalten. Das ist doch auch nur eins. Oh mein Gott, der geht nicht! Der geht nicht! Der geht nicht! Der geht nicht! Der wird auch nicht! Nervet den! Das ist ein Holzfall, ey! Wow, man, überall rein! Du hast ja auch gar kein... Kein Gefühl! Und? Ah! Scheiße! Ah! 2 Du sollst nicht die ganze Vertragung? Lass mich! 3 1 1 Wow! No risk, no fun! Das ist mein Motto! Das ist halt keine Ahnung! Man sieht die voll, guck mal! Ja eben, das ist voll... Crazy! Crazy! Du! 2 Ist das schon seit drinnen? Das sieht voll krass aus in der... Ich finde das sieht aus wie ein Mordinstrument. 2 Ja! Der platzt noch! Ja! Mach schnell Hüffeln! Nur damit! 1 Wow! 2 Vorsicht! Ne, da auch noch! Er macht immer voll mit Wucht und dann passiert nie was! Der hat ja nie Nachrichten geplatzt! Das ist vielleicht ein Trick! 1 Der braucht noch Zeit, sich zu drehen! Hahahaha! Ohne Witz! Bin ich zu schwach oder? Der platzt! Ja, ich warte noch kurz! Vielleicht platzt der jetzt nochmal Sanna! Hörst du auf den Anzug passen! Wenn der hier jetzt platzt! Da hat Sanna verloren! Ah! Finger weg! 2! Gut, dass da keine 8 drauf gibt! Weil... Da geht's aber nur bis 3! Oh! Ich hab wohl dafür gar nicht richtig anfassen hier! Grrrr! Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke! Aber rausziehen ist auch ja doof! Hahahaha! Was ist denn? Oh, der geht nicht! Der geht nicht! Der geht nicht! Der geht nicht! 1! Und? Der platzt! Und? 2! 1! Der da... Der da vorne ist echt... Wie rühst du dich? Wuhuuu! Hahahaha! Hahahaha! Das ist ja noch gar nicht... Da hat auch gar nichts passiert! War schon verschwricht? Ja! Na, drehen auch noch! Hahahaha! 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 Jetzt... Halt euch mal dazu! Hahahaha! 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 Also guck mal, wie es ausgekommt! N ceremony! Hahahaha! Die spinn das gar nicht tych Hahahaha! Das ist halt eh gleich kaputt! Hahahaha! Azt! Waaaaaah! Nein! Was? Was? Nein! Schon wieder ich! Ich möchte das bitte nicht! Eine 3! Die berühren sich gleich an den Affiliate. 1 Das geht nicht mehr! Was ist der eigentlich? Das geht nicht mehr lange! Das sind alle schon so doll drin! Nichts ist nichts! Der biegt sich schon voll! Ich schluck da einfach nur raus! 2 1 Der geht nicht mal wie schief der hier kommt! Guck dir den mal an! Guck dir den an! Sie gehen gar nicht mehr in den Ballon! Der geht noch! Nichts! Der geht nichts mehr! Der ist am besten! Warum machst du das nicht? Schnell! Der geht nicht mehr! Der geht nicht mehr! Der geht nicht mehr! Eine noch! Auf geht! Wir spielen jetzt noch ein bisschen alleine weiter! Und schauen mal wann der Tommy glatzt! Und ich hoffe euch hat das Video gefallen! Alle Links sind noch mal unten in der Infobox! Schaut mal bei denen vorbei! Ich kann die ganz okay leiden! Und wir sehen uns beim nächsten Video! Ciao! Und dann war ich mit ein paar Leuten noch beim... Jetzt hör doch mal auf zu sägen! Bitte!